Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu TTT Trouble in Terrorist Town. Wieder mit allem wie beim letzten Mal mit Havok, mit dem Lord, mit dem Krosi, mit dem Gyrol und mit mir. Dem Will. Ja. Oh fuck. Wir sind hier auf der Map Pac-Man und... Schieß nicht auf mich. Und ich wette schon vollkommen... Oh Gott. Oh Gott. Oh, wer hat denn den Knopf gedrückt? Wer hat in der Mitte den Knopf gedrückt? Hast du den Knopf? Irgend so ein Wahnsinniger. In der Mitte ist ein Knopf, der macht die Geister blau, dass sie uns nicht verletzen können, falls sie dann schon laufen. Aber die laufen ja noch nicht. Ich suche gerade die Mitte. Ach, ich bin in der Mitte. Boah, was war das dann? Alter, wer ballert auf mich? Marc. Nö. Du geisteskranke. Bin unschuldig. Du geisteskranke. Du geisteskranke. Ah ne. Doch. Siehste? Was zur Hölle ist falsch mit euch? Hab ich doch richtig gemacht. Nein, ich hab mir irgendwas klick, 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 klick gehört. Siehste? Hab ich doch richtig gemacht. Ne, ich will doch einmal den scheiß Shop durchgucken, Alter. Ich komm noch nicht mal dazu, Alter. Ich komm noch nicht mal dazu, Alter. Ja, das müssen wir richtig machen. Du kannst ja einfach so stehen. Ja, aber vor allem bei so ner Map, wie soll ich denn das machen, Alter? Bei so ner Map wie jetzt so. Es gibt Traitor Rooms. Wir beten. Geister. Ey, Himmel! Weißbrot. Au. Schles. Nein! Schreis. Alter, was hab ich denn dafür, Alter? Oh, ich bin durch ein Portal gelaufen. Was ist das heiß? Passiert. Wie, hier gibt's Portale? Ja. Diese, äh... Diese Pac-Mans, die an den Wänden hängen. Man kann aber auch einzeln und her, oder? Ja. Ich hab jetzt ein Schießgewehr. Nein! Ein Schießgewehr. Wer ist das da? Großi? Hm? Du bist so ein Idiot, in den Traitor-Raum direkt vor mir laufen zu wollen. Ja. Ich hab genau gesehen, weißt du? Da ist das Tor offen und er versucht da reinzugehen. Hey, du musst da Duck-Jump reinmachen. Um da reinzukommen. Ja, und? Kann ich ein bisschen über meine Arsch noch kleben? Das war alles für eine Knarre! Oh, das war ein perfektes Timing. Ich hab nur noch ein HP gehabt. Äh, Double Barrel. Das war ein gutes Timing. Löff, versuch dir dann gemütlich in den Traitor-Raum reinzugehen, als ich von hinten komme. Hm, ich komm schon öfters von hinten, ne? Ja, wollte ich auch noch fragen. Ja. Gehst gerne hin herum. Na ja. Was ist denn? Double Barrel, so ein Scheiß. Junge, ich lauf doch hier nur im Kreis, Alter. Hab ich auch manchmal so das Gefühl. Auf! Äh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Warte, 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 warte. Mit dem Magneto-Stick können wir hier raus. Warte. Nein, nicht schießen! Oh, ihr seid zum Brenner. Das merke ich mir. Weg mit euch! Wer war denn jetzt? Der Wilhelm. Der Wilhelm ist nicht groß genug für einen von uns beide. Aber! Ich hab dich nicht angebracht. Das bekommst du in der nächsten Runde wieder. Ich bin nicht nerviert, dass ich das wieder kriege. Das bleibt ja auch am Portalausgang stehen, ey. Ja, ich wollte in das Portal da reingehen. Was passiert? Du sponst in mir. Da rennt doch der Dritte hinterher. Wer hat denn eigentlich schon wieder angefangen da rumzuballern? Wer? Gerade eben? Ja. Ja, ich. Das ist mir so klar, das hast du bei mir schon mal gemacht. Er ist hilflich. Mimimimimi. Wir werden uns einfach befreien können. Genau. Ja, aber das wird zu lange dauert. Nee. Wir müssen die Ergebnisse sehen, Kollegen. Ja, warte. Ja, das ist so deutlich. Hast du mir jetzt die... Du hast mir die Diegel weggenommen. So ein Penner. Ich hab dir die Diegel weggenommen? Ja, das ist grad über die Diegelgelauf, die ich aufsammeln wollte. Du hattest schon wieder den Knopf gedrückt. Also ich hör's noch. Rirol. Avok. Großi ist auch hier. Wir sind zu dritt. Nicht mehr lange. Da. Ach, da ist einer. Alter, wer verfolgt mich hier? Ich glaub Rirol ist es. Du hast verfolgt mich. Wer ist hier noch? Großi ist hier. Wer verfolgt dich? Wir sind die Verarschen. Wir verfolgen den jetzt mal. Alle sind hier, Alter. Ja, verfolgen wir den mal. Ja. Ja, wenn wir alle nebeneinander stehen. Das ist hier. Ja, oder kannst du dich? Da kannst du mal ne äh ne Jertz hin oder sowas. Ja, genau. Außer Schleuse nicht. Ne, da kommt Thomas gleich durch die Gänge. Da, da kommt noch einer. Der ist es. Der ist es. Der Kupe. Ah, Mann. Schlepp versteckt. Ah, meine Maus funktioniert grad. Na, ach so. Ja, ja. Ist am Einkaufen hier. Alle sind am Laufen laufen. Ich bewege meine... Ich bewege mich nach rech... Ich tue mich nach rechts drehen, aber nicht nach links. Ja, ja. Ja, ist am Einkaufen. Warum bist du, warum bist du hurt? Ich, weil... Ich bin gegen so ein Geist gelaufen. Nein, du! Ja, aber... Geroll ist auch hurt. Ey! Alter, wer ballert auf mich? Da schießt als einer auf mich. Seid ihr behindert? Die Antwort kann ich äh... Leider nicht geben. Ich glaub, Havok ist es, Alter. Ja, klar. Du kannst mich bereuen schreien. Ich glaub, ich aber auch. Jetzt reiß' mir. Du kassierst jetzt. Ich glaub, Lord ist es. Ja, warum? Ich krieg eins so auf die Schnauze. Was ist da passiert? Wer ist gestorben? Da hat... Da hat grad einer mit der Double Barrel geschossen. Alter, ein... Ich glaub, Geroll ist gestorben. Erregt, du assi. Wer war's? Havok. Ganz klar. Ja, klar. Ich hab ne scheiß Winchester, du... Naja, okay. Versteh. Dann war's Geroll. Wer hat denn ne Double Barrel? Du, oder? Scheiße! Er kommt wieder. Er respawnt. Er hat Second Chance. Wer ist es denn? Wer denn? Der Lord. Und direkt bei mir. Oh fuck. Hau ihn um. Habe ihn. Ahhhh. Alter 4. Aua. Der Traitor-Raum hat nicht funktioniert. Ich konnte das rein. Duckjump musst du reinmachen. Ja, hab ich gemacht. Aber ich hoffe, ich hab mal reingepostet. Das ist jetzt zu tun. Boah. Ah, da wär's nicht so groß genug für einen hier. Je nach der Runde würd ich erstmal essen. Schön und so, wenn das in Ordnung wär. Nein. Nein. Gyroll? Was denn? Wie viele Runden wollt' mir denn machen? Es werden immer 3 bis 4 gemacht. Ey, dann machen wir 3. 12. So ein Penner. Wir sind hier nicht auf dem Bazar. Also wirklich. Ja. Was? Ey, das sagt der Hartmann immer. Ja. Den kenn ich. Ah, stimmt. Und den liebst du. Ich bin froh, dass ich den los bin. Echt? Ja. Ja. Ich glaub's gar nicht weh. Oh. Ich will auch Trader auf der Map. Ja, jetzt stift dich mal umruhen. Ich fang's ja eh wieder. Aua. Und schon wieder bin ich gegen den Scheiß gelaufen. Gyroll ist es. Moment ist das wirklich, oder? War das jetzt nur... Auf jeden Fall ist ja einer Tod. Okay, der wurde dann anscheinend vom Gyroll erschossen, weil er hat keinen anderen Namen erwähnt. Das kann doch nur Gyrolls gewesen sein, dann. Wer hat als du dich durch die Gegend gepornet willst, wie ich flachsen? Du bist es aber nicht, oder? Nee. Nee. Nein, ich mein den Havok, weil der gerade vor mir steht. Ich mein mich. Da wird doch geschossen. Aua! Bei mir! Aua! Aua! Mein Aim ist natürlich übel's bad, Alter. Alter, dein Mikro ist genauso bad. Wenn du ein bisschen zu laut bist, dann... Boah, das Mikro, das ist der Wahnsinn. Ey, warte mal. Wie ist denn das so hier? Ja, wenn du zu laut bist, dann knackt das und kratzt. Ach so. Alles klar. Gyroll, das war echt mies von dir. Der einzigste, der auf deiner Seite immer steht. Ja. Der einzige, der auf deiner Seite steht. Auf jeden Fall. Ich halte immer zu ihm, egal was ist. Klar. Gerade du. Ja. Ich werde schon wieder durch den Gägen gepoltet. Leck mir am Ärmel. Das ist nicht schlimm. Lass mich nicht erst entgegen... Trottler. Das heißt entgegenlaufen. Ich bin weit genug davon weg gewesen. Du bist direkt reingelaufen. Bin ich nicht. Hallo. Geh weg. Verräter. Der schießt irgendwann wie bekloppt durch die Gegend. Und hat jemand umgebracht. Exakt. Der was? Derjenige, der Negev hat. Ja, Gyroll war es. Der stand da vor dem Portal. Der war im Einkauf. Deswegen habe ich wieder Negev drauf geschossen. Aber ich habe den nicht killen können. Der hat nicht einfach... Es war eigentlich Zufall, dass ich ihn jetzt gekillt habe. Ich hatte die Mac dann. Mit der habe ich direkt randaliert. Du blöder Wichser. Ich hätte fast böse gesagt. Aber das lau ich mal lieber. Oh Mann. So, zwei Runden noch. Dann ist die Map wieder vorbei. Ey, wieso war ich jetzt zweimal hintereinander trade? Ja, das ist Zufall. Das Spiel hat sich gedacht, du warst ihm so scheiße gekommen. Gibt mir noch eine Chance. Jetzt ist er nochmal, weil er gerade wieder so beschissen war. Richtig. Ich habe immerhin immer jedes Mal einen Kill gemacht. Halt dein Maul. Was für Mitleidkills. Du hast mir einen Kill gemacht? Ich gebe dir gleich mal einen Kill. Ne, also... Ja, das war ganz in Ordnung. Alter. Wieso kriege ich von den Scheißviechern Schaden? In den Peck. In den Peck. In den Peck. In den Peck, mein Viech. Du hast zu viel gesehen! Nein! Ich muss Dachladen! Ich bin nicht in den Traitorraum gekommen! Ich bin nicht in den Traitorraum gekommen! Ich da... Was ist? Du hast gesehen, wie ich hier den Traitorraum gekommen bin. Nicht zu spät. Alter, das war ja richtig dumm von dir. Ich habe mir gerade gedacht, ey, das sieht doch aus wie ein Traitorraum. Ja, es war gerade so. Es war gerade in der Sekunde war keiner da. Ja, und dann... Traitorraum auf. Dann will ich reinsteigen und dann kommst du um die Ecke. Und dann da kommt die Kamera rein. Ja, und dann kommen auf einmal alle. Ja, und dann kommen auf einmal alle. Die war da... Kommt die Ecke, fang an auf dich zu schießen. Dann ist die ganze Zeit keiner da. Dann will ich in den Traitorraum reingehen und dann kommen auf einmal alle auf einmal. Also muss es auch sein. Oh Mann. Ah, ist Macke offen. Es müsste so ein Item hier geben, wo man durch die Wände gehen kann, so. Gibt's sowas? Ja, Hex. Ja, bei der Map wäre das voll gut. Gehen sie weg von meinem Hinterteil. Habe ich nicht eben die Gura verfolgt? Da hinten ist er. Der hat bestimmt gekauft, oder? Ne. Du siehst aber voll verdächtig aus. Ich glaube, die sind es beide. Ich glaube, Macke und Gura sind es beide. Geht zwar nicht, aber sicher ist sicher. Das Einzige, was die beiden ist, sind komplett plem plem. Ja, stimmt schon. Übrigens, die Striker finde ich mega beschissen. Ich habe viel zu viele Schüsse abgeben müssen, um Havoc zu killen eben. Ja, der ist auch gar... Alter, ich habe... Boah, wo habe ich das Leben jetzt verloren? Ich glaube, lieber bei der normalen oder der Double Barrel. Hat irgendwer gerade auf mich geschossen? Irgendwie nicht. Ich habe einen Schuss gehört, von der Double Barrel, glaube ich. Ey, was soll denn der Scheiß? Marco oder Gürol? Einer von den beiden muss, glaube ich, auf dich geschossen haben. Gürol, der hat auch gerade auf den Knopf gedrückt. Ich wollte nur Psychospiele machen. Naja, gut, der Knopf... Der Knopf ist nichts Besonderes. Der ist nur Hilfe für die Unesenten. Ne, das ist egal. Das ist egal. Weil wir bald die Geister los sind. Und wann sind die denn mal los? Die kann man in den Traitor-Raum aktivieren. Es gibt vier Geister, vier Traitor-Räume. Und in jedem ist ein Knopf. Ja, dann schick mal den Geist los. Ja, das kann man machen. Aber wo seid die Wichser eigentlich? Na, da sind noch zwei Wichser. Was hast du für eine Waffe? Was hast du für eine Waffe? Dieses Ding hier. Boah, Alter. Glaubst du, das war der Schuss, der dich getroffen hat? Hat sich das so angehört wie eben? Ja. Ich hab keinen Schuss gehört. Ich hab nur auf einmal Damage gesehen. Ich hab schon irgendwas wie eine Shotgun gehört. Aber es klang nicht wie die normale oder die Pump-Action-Shotgun. Entweder die Striker oder die Double-Barrel war das. Vom Klang her. Alter, du rufst mich zu verfolgen, Alter. Ist nett. Ich bin's nett. Aber du bist es, glaube ich. Ja, ja, genau. Ich bin's. Hör auf, mir nachzulaufen. Guck, ich bin's nett. Hör auf, vor mir wegzugehen. Aua, ich bin schon wieder gegen den Scheißgeist gelaufen hier. Ah, die tun weh oder was? Ja, die machen mit jedem Tick, machen die fünf Schaden. Da hat gerade einer gestorben. Ne, jetzt wurde ich geportet. Ja. Ne, was? Welcher Sack? Ich behalte dich im Auge. Ich behalte dich im Auge. Ne, jetzt zuerst schießt, bist du am Arsch, weil du ne scheiß Waffe hast. Weil der Lord so ruhig ist. Stimmt, der Lord ist ruhig. Ja. Ja, ich bin hinterm, äh, Dingskreis, äh, hergelaufen. Und wir sind hinter dir. Aha! Das habe ich gesehen. Du bist so ein Wichser! Hä? Der hat auf Lord geschossen! Ne, nicht auf mich! Hinter dir! Ne, auf hinten, hinten hin! Der hat den rumgebracht! Ich hab auf... Ich hab den Mark getötet, weil der den Lord abgeschossen hat. Ja, aber... Hat einer auf mich abgeschossen! Äh... Boah, das ist doch Göbel, oder? Also, was? Ne. Naja, jetzt hat er halt genug Zeit gehabt, sich, äh, den Tradershop mal anzugucken. Oder? Der Mark hat den Lord angeschossen, deswegen ist er nur noch wundet. Und deswegen hab ich dann den Mark von hinten mit der Shotgun getötet. Gibt's den soweit? Wart mal kurz, einen Augenblick... Ey, du Degenerierter, komm mal ran! Ach, scheiße! Fuck! Alter! Alter, ich fühl mich hier voll verfolgt in der Map, Alter! Alter! Äh, hat ja grad einer geschissen! Oh... Alter! 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 weißt du wo du bist hallo hallo ich hab nicht mehr dass ich es gewinnen können also hallo ist es auf jeden fall glaube ich bin wahrscheinlich ein paar mal nicht vorbeigelaufen wir sehen uns einfach nie weil ich mich halt so weg teleport hier können auch seine das ist nicht wahr und hat auch noch gewonnen okay lord gewinnt mit 47 punkten danach kommt der andere der der hallo mit 43 punkten und ich war eben bei 39 jetzt bin ich bei 33 weil wegen dem fucking markt boah ok vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal